Hallo. Hallo. Okay, ne, das ist nicht richtig. Moment, ich versuch mal. Boah, ist halt warm. Ich kann nicht klagen. Scheiß. Ich wollte erst mal was zu essen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an die Boote aufzublasen. Totti hat nämlich so eine richtig gechillte, automatische, elektronische. Wir haben aber im Notfall auch hier, ich zeig dir das einfach mal, noch eine ganz normale. Hier ist unser Boot. Ja, warte, das hier. Yes. Übelst nice. Und wie wird das nicht voll, Alter? Doch, das ist nicht voll. Das dauert nur ein bisschen, ne? Ja, aber das geht. Wir haben ja extra Löcher reingestochen, damit das nicht mehr, also wir haben es improvisiert. Ich habe Marco übelste Gönnung, Freunde. Der hat Blaubeeren besorgt. Ich habe sogar Blaubeeren. Ich stehe den Ding genau anders. Oder so. Ja, warte, hier. Ich mache da einen kleinen Knoten. So ein richtig gesmooftes Surfbrett. Ja, ich kann gerade schlecht. Ich habe zwei Hände voll. Ja, ihr filmt. Einer filmt. Pull do it mit ihm. Gib mir. Okay. Okay. Aber es ist eine freshe Temperatur. Ich führe mich klar. Wir sind zu hänke, aber am besten noch zu hänke. Richtig smooth Temperatur. Boah. Richtig angenommen. Mit den Haschen da draußen sind die doch, das Boot ist ziemlich schwer. Das hält, Alter. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, ja, lass uns raus auf Wasser. Komm schon. Mein Handy. Alles gut? Ja. So, Chef, habt ihr Bock? Ja, ja. Guck mal, geht's halt raus. Ich kann dir auch sagen, warum wir drehen, weil du mehr Kraft hast, Totti, als Felix. Ist das smooth, Freunde, oder ist das smooth? Hallo. Hallo. Okay, nee, das ist nicht richtig. Moment, ich versuch mal. Boah, ist halt warm. Ich komm nicht klar jetzt. Scheiße. Ich wollte erst mal was zu essen. Und hast du aufgewärmt, ist es jetzt wärmer? Ja. Ja. Ey, Mr. Blaubeere, wir sind schon bald. Wir haben schon bestimmt drei Löcher. Und? Kann man damit schwimmen, ja? Okay. Ich bin jetzt. Ich hab's in meinen Ohren. Nee. Ich hab's in der Verpackung, der Dinger. Wie hat das heute noch was? Nein. Ja, komm, weiter. Ja, komm weiter. Das ist so, wie es war. Alter, 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 wie Pärs Premium ist das? Du hast noch ein Seil, ne? Geht mal rüber. Boom, Maschine, Bruder! Die Hände kommen wieder, Digga. Wie ist denn der im Territorium? Ja, ja, dann halte ich das so. Prack machen. Ich war fast da drauf. Die ist aber auch richtig dreckig, ne? Pass auf. Oh, Digga. So smooth. Jetzt war der Kabel schon wieder raus, aber wir müssen richtig aufpassen, sonst ist gleich schlecht mit dem Akku. Ist das ein geiler Stream oder ist das ein geiler Stream, Freund? Ey, ihr Säcke, ihr macht hier alles nass. Feuerboot, ich schwör's euch, hier ist alles an Technik. Mami, nicht fertig. Ja, Digga, mit Bizeps. Schau mal, wie hoch das ist, Jo. Oh, ich weiß. Du bist so ein Stück kreis. T-Work, T-Work. Du nimmst jetzt meine Hand und ich zieh mich hoch. Oh, das wird nix. Ich hab mir gesagt, wie gefällt, aber... Das wird nix. Wie ne Rob. Wie ne Rob. Nee, den Rotluchs will keiner sehen. Direkt Lasso, fang dir ne Ente, Bruder. Was für ein Grill. Alter, ihr Idioten. Ihr Idioten. Leute, ihr seid so Idioten. Junge, hier, nimm, 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 nimm. Ich kann nicht. Nein, nein, hol das gleich. Da liegt auch ein Becher, schwimmt da auch. Einer von euch. Nee, ich hab mein Becher. Ja, Tottisbecher schwimmt da. Komm, dann lass mal losballern hier. Kann man ja so nicht stehen lassen. Ja, wir können... ...mal zu stark. Jetzt gehen die auch noch an das Boot. Hier sind auch mein Club. Gleich haben wir's. Oh, falsche. Ey, wo ist der Becher? Ja, der ist da hinten. Komm denn ab. Aju. 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 Wie war nochmal das Lied von Valhalla? Ich weiß es gar nicht mehr, wenn die immer gepaddelt sind. Und so. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Das geht auf Kurs. So. Kannst du das alles drehen und dann direkt da hoch gehen? Ja. Hier ist einfach eine volle Kalle. Hast du das perfekte Licht? So. So. Erstmal. Oh, genau wie Vater, Alter. Genau dieselbe. Oh, nee. Da kommt Streamlabs perfekt. Hast du hier reingefahren, ne? Hast du den Deckel dafür? Okay. Ready? Äh, der war irgendwo. Ja, wahrscheinlich ist der so. Muss nicht. Genau. Oh, hey! Da sind wir wieder auf dem Wasser. Blaubeer-tastisch. Ich kann nur gerade schlecht, ähm. Wir müssen bei dir beide Gas geben. Jetzt müssen die vorne uns ziehen. Ja, wartet jetzt. Wir machen einmal. Ja, ja. Passt mal richtig auf, dass das lädt. Das ist wichtig. Er lädt. Er lädt noch. Er lädt noch. Er lädt noch. So, jetzt müssen wir beide an die Seite. Welche kannst du besser? Mir ist egal. Die, die du besser kannst. Okay, dann wir rücken. Wir machen den Vergleich. Segelprobleme. Die ist schwerer. Ja? Ich frage, ob die... Ohne Spaß. Seel mit Wasser drin. Geil, Alter. Kann ich mal noch was empfehlen. Das ist doch so entspannt, Freunde, oder? Seid mal ehrlich. Alter, lecker Kuchen. Welcome back. Hallöchen. Wir sind auch wieder auf dem Wasser. 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 Ich weiß nicht mal über das Handy. Falls wir nicht fahren, hier im Boot. Mit meinem Cousin. Auf richtig Luxusleben, Freunde. Wisst ihr, wie der Marco gleich Fußball guckt? Ich zeig euch das mal kurz. So nämlich. Und die da hinten so. Wenn das nicht mal ein Feeling ist, Freunde. Ich hab das Rähn nicht. Soll mal bringen. Mir ist das doch Wurst. Da habt ihr die perfekte Sicht. Und das ist im Schatten. baba trocknet man luft mehr wir haben auch noch zwei kleine handtücher edel gute sicht oder kummer jetzt kann man eigentlich alle gefühlt ein bisschen sehen leben alle leute füttern die hier immer wieder mit brot und was die so bei haben sie suchen sich nichts mehr und grillen hier und so und die gänse kriegen das ganze essen das problem ist die sehen wie wir vorhin tüte rascheln wir essen was und so direkt denken die oder kriegen wir was und das ist das große problem einfach die ganze zeit kommen die einfach wieder sobald hier eine tüte und so raschelt und das zeigt aber auch ein bisschen dass das nicht gut ist eigentlich aber andererseits zeigt halt auch dass man den jetzt gar nichts geben sollte weil sonst haben wir hier gleich eine traube um uns und die ging gar nicht mehr weg und jetzt so oh mächtig blub 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 hier marco und alle können sich gerade fußball über ihre handys wir sind immer noch hier an der boje ehre in städt auf jeden fall angekommen wir können los machen wir haben ist immer noch immer noch da er war체 ich Ich hab die scheiß Cam in der Hand, Digger. Jawoll, Ski. Also ich seh nur Einsen, die haben auf jeden Fall Bock. Ja geil Leute, dann machen wir das auf jeden Fall nochmal. Wir brauchen Ansteckmikros für nächstes Mal, sagen die. Ja, aber dann mach ich ja auch. Zieh mal T-Shirt hoch, bitte. Aber bei mir tut wenigstens nichts weh. Bruder, Alter, du bist so heftig verbrannt. Eins, krass, haben jetzt innerhalb wieviel Minuten noch zwei Tore geschossen? Krass. Ich würd sagen, nächstes Mal Doppelstream. Nein, mit dem Smart sind wir jetzt nicht hier hingefahren, aber es kommt schon hin so. Nein, aber wir räumen jetzt nur noch ein, Freunde. Ich hoffe auf jeden Fall euch... Ich hoffe euch hat heute gefallen. Ich werd jetzt Us machen, Freunde. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall, ich denk mal morgen nicht, aber wieder Montag dann auf jeden Fall noch sehen. Ich hoffe euch hat heute gefallen. Kuss geht raus, Freunde. Ich guck mir den Stream auch noch später an und guck mir das alles nochmal an. Macht's gut, Kuss Kuss und danke für alles, Leute.